Hey ho Leute, willkommen zu Killing. Let's play Halloween Killing Streak. Ich hab jetzt nicht Killing Floor gesagt, ich hätte einfach so ein Halloween Special gesagt. Maiko wird gekillt, Maiko wird gekillt. Nein, Maiko lebt nur. Oh Gott, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Wenn sie kommen, dann gibt's Wazka Oh. Wenn sie kommen. Oh, ich hab ne goldene Waffe. Du bist ja auch ein Chicken. Oh yeah. Wer ist hier der Chicken? Etta, Etta. Ja, unser kleines Halloween Spezial. Mehr Spezial als Halloween. Mit dabei ist... Der wirft ja eigentlich immer so dumm Granaten im Liedsau. Tokai. Und Curvy LP, das alte Vibe. Ja, Mann. Die alte Sorte. Etta, hinter dir. Ich krieg nie so Slow Mo Kills, ey. Und ich bin das Hühnchen. Irgendwie sterbt mich einfach im Spiel das mal nicht für komisch. Dass du keinen Verhandenkreuz hast. Ja, genau, genau, genau. Soll ein bisschen realistischer sein. Und das von einem Resident Evil Spieler. da das will ja oder aber das wird ein Punkt bei Ressie will vier und fünf hast du er hat nur gegründet ist und spielst also das ist ein laser.de bei guter Kälte sie werden sie das hat sogar noch die Zeit da was er für die Scheiße sollte er aber mit dem Laser mit dem Eterpunkt kann ich mich sogar noch ausentieren aber so er muss auch nie mit dem Bogen geschossen ne ich nehm den Bogen nie ich liebe ihn ne ich komm damit herz nicht klar er weht doch er ist hier alte Hühnchen sind kein D-Zug ne äh ein B oh ne Winchester ooo ne Winchester ok ok kaufen ok hab ne Winchester ok ok Tokaj würdest du mich fisten oder was Junge geh weg ich steck mich grad Digga mach das doch nicht auf Junge ich muss da aber hin ich muss Curry helfen da kannst ja hier lang da kannst ja auch wo ich bin ne oh god oh god die Anhilfe ne was 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 warte nicht die D-Zöne fern nein nein oh god ach ja der Axtmörder ist unterwegs der Axtmörder mhm der Curry mit der Axt ich bin beim nächsten Händler merke ich grad durch Zufall hingelaufen ich kenne die Map gar nicht ist das das ist irgendeine das ist irgendeine Bitch Map so Tokaj ich hab Tokaj gefunden was geht mal da krabbelt was hallo Krabbler der hat mich eingesperrt was Kaffee eingesperrt hallo alter ich hasse diese Viecher Schnauze jetzt wie heilig mich noch mal wie heilig mich noch mal mit Kuh ne na du auch ein aufs Maul oder was oh god blöde ich mich an ich hab eine Winchester weg mit dem Kopf Planate oh yeah ich sehe fette platzende Eingeweide fette platzende Eingeweide das ist mein Motto wenn nichts läuft fette platzende Eingeweide mindestens ach du scheiß kleines Missfigur ich bin der Cowboy auf du oh nein der ey Tokaj weißt du was was das ist köstlich ich fick dich du bist köstlich komm her Tokaj warte ich mach da Zoom Effekt oh Eppel Scham Curry ich komm doch Eppel Scham komm her Tokaj Curry Tokaj 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 zurück ich muss ja grad Nubes töten nein ich laufe ich laufe hinterher Tokaj der will dich heilen grad hinter dir ich hasse solche Leute ne ach komm heils Maula Tokaj den Tipp auch nochmal für dich am besten immer andere heilen nicht dich selbst heilen weil du kannst ungefähr einmal dich selbst heilen das heilt aber weniger und du kannst zweimal andere heilen ich will dich heilen das heilen das heilen ja komm her ich will zum Schupp komm hierhin oh mein Gott ne goldene Waffe irgendwas was ich nicht kaufen kann Executor oder so was ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß äh execute 4 Blöcke wie kostet die keine Ahnung steht da nicht wie heißt eigentlich diese eine Armbrust die du hattest ähm die ist für den Berserker ne aber wie heißt die good god ach dieses Bassobau ja für 1.400 ungefähr äh ich ich will meine Armbrust haben clean and green ok Curry wo bist du ähm ach da ich stehe neben der Tür oh nein die schweißen hier schon wieder auf ich will hier auch ein bisschen Berserker machen und dann helf mir mal ein bisschen hier oh Gott damit ich nicht angekotzt werde slow more bist du aber oh Edgar stimmt jetzt verfack Edgar verfack los Messerattacke du bist doch nichts wir kill jetzt Edgar alter ja egal ich kann trotzdem Berserker aufdenken aber ich ich weiß nicht wenn du Nachkampfschaden machst nein Edgar oh mach diese verfackte Tür auf ich will da raus ich hasse nein ich versuch grad ich versuch grad Edgar zu killen ach so verdammt lass Edgar sterben er hilft uns doch eh nie er ist Otis Curry er ist Otis ja ich will hier raus ja dann geh in eine andere Tür raus nicht jetzt eine andere Tür halt auch gibts hier hin ja siehst du ich warte ja ob sie die eingeblutet haben da stehen nämlich so ein paar viele vor wua ua 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 durch das automatisch wenn ich schneller laufen wird gehen er hat die Räder ja ich wollte ich verhalten und die Daten und das muss nicht stören mit dem reichlich sein aber auch vergewaltiger die er hat mich angeboten Kind alter Huren Töten Jürgen Slow-Motion Slow-Motion Tokaj komm mal hierher Jiga das sind ja 10 Wellen das schaffen wir nicht wie mehr Wellen um so einfacher ist das Spiel im Endeffekt weil du noch mehr Geld hast und du darfst noch mehr Sachen kaufen Ah man Leute L ich bin klar dass die Verstappen Stab das ist die Mutter meiner Kinder Alta Hp Töte er will bewegte der Geld auch mein Gott aber da hat er Prozent ich bin zu können und ich hab das werde ich euch nie vergessen ein gewolltes gewollt Fakt ist Fakt ist Doka wo bist du? KT lauf! Lauf weiter! Oh nein da vorne ja da sind die das wo's Curry? Ja hier sind noch so ein paar ja ihr kommt doch zu mir ne ich rein schon die Tommys auf Oh fuck Schappe! Da ist die Mutter meiner Kinder Lauf weg Nein! Hier! Achtung KT die Oh Gott! Gott 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 Alter mach doch mal jemand den Pisser da weg wie wie der Medic hier drauf geht Weißt du ziemlich Ironie er soll und Science stört aber selber du lebst ja Tokaj eh eh Pieck Ich hab jetzt Akim Ich mag ja die Fresse Wo ist denn der Medic? So Aber bis ich bei euch bin alter bin ich schon fast so rot Ich Soll ich mal nur für Halloween die Sense mitnehmen obwohl ich die eigentlich schlechter finde als das Kartan Die ist auch schlechter als das Kartan und kostet mehr alter was soll die Scheiße Muss die Winchester verkaufen Ich nehm jetzt die Sense mit nur für Halloween ich hab sie noch nie benutzt Ja das stand So Ey ich bin jetzt der Aber die sieht cool aus Ich weiß nicht wie man Wie schaltet man diese Lux frei da? Lux? Ja die sind Weeper und so Die sind grüppchen Weizkong Ja die hab ich ja alle Ähm Weeper ist glaube ich Die kriegst du glaube ich durch ein Erfolg meine ich gehört zu haben Und welche? Ich weiß es nicht Ich hab mir die Halloween Erfolge nicht angegeben Ich bin mir nicht sicher Ich glaube Nur Der stand glaube ich sowas aber Kann man ja auch nach Halloween Freischaden oder ist er dann nicht mehr da? Ähm Wenn du dafür die bestimmten Monstersorten töten musst dann ist er dann nicht mehr da Das ist natürlich mies Weil diese Monster hier sind ja alle nach Halloween weg Wow Platz einfach Bäm Boah lass ich mal hier hoch gehen ne Oh Gott Oh Gott ZOBIS ZOBIS Oh nein Das ist das achso das ist ein Tank Okay Ich Boah wie Oh die Beste Hatt's gesehen? Oh nein da hat mich jemand angekotzt Alter Wie bewegt die Frau sich denn? Ah Ah Hilfe Curry Ja ich hab hier grad so eigene Probleme Mit so kleinen Mist wie ich Ich bin tot Ich bin so wirklich tot Nein ich helfe dir warte Heilung Heilung ZOBIS Heilung Komm her Tut doch den kleinen Wichser da unten Junge ich wollt Ich wollte dich glatt heilen und so lässt weg und dann sterbe ich Dankeschön Dann tu ich dir mal was Gutes und werd so belohnt Tokai Curry Ja 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 ich hab nur noch Kanaten reingeschmissen Was hast du denn? Wo warst du denn? Wo ist mein Kargummi? Na was hat denn wie viel für rucktiger Arschalter ey Voll unpraktisch weil so ne Sombo abholen Obwohl ne eigentlich praktischer Beißen die dir nicht so schnell in Arsch Oh Gott schlechte Runde schlechte Runde Pass auf ich lade nach Der braucht extrem viel Platz beim Nachladen anscheinend Boah alter ey ich brauch 1,5 Millionen Nahkampfschaden ich bin grad mal bei eine Million Das wird eine Million Die Quellen auf gegen die Bladen nach Die Bladen nach Die Bladen nach Die Bladen nach Geht mick dir der nope Sprengmeister nicht die Augengruppe machen Schöne Kanon? Schöne Kanon? Schöne Kanonen Sieht die kennt die frau klinge immer von lokal die schießen wer hat wenn sie da so ankommt der schöne Kanonen wartet nur auf dich ne alter und sie tragen den Namen Doppel D weißt du die Witze sind köstlich amüsant der Türkei schon eingeschlafen Crocs LP Crocs sag dir doch schon eingeschlafen wo ist der alter das ich hätte die an warum antwortest du nicht ja ich weiß nicht ich wurde irgendwie aus skype ausgeschmissen keine ahnung dass wir nicht hörst du mehr ja jetzt höre ich dich wieder grad wurde ich auch mal aus skype ausgeschmissen brem 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 der meinte so nein geht nicht du bist dumm das klappt nicht es gäbe nicht unsere meinung was ist jetzt hier was sind die letzten zwei zombies ja die müssten eigentlich mal irgendwo die laufen da rum und schießen die anderen zombies ab ich habe einen gehört ja bei lind bei edgar ja bei edgar bei edgar bei edgar bei lind bei edgar bei edgar bei edgar bei da bin ich pass auf ich lade nach ja 300 akimbo so reich nie mehr die sende die die 200 er will ich rein ich war nie es ich so vieler wie machst du das ich hatte eigentlich sprachbefehle bei mir was das denn ich hab's jetzt bei mir eingestellt wie gesagt ich hab's jetzt auf Tastenküttel gelegt irgendwie kann man die auch abrufen ja ich weiß nicht wie hab ich auch in letzter Zeit mal wieder gesucht hab ich aber nicht gefunden okay ab geht's gib uns einen fund ich habe ein fund jetzt klippe dann geld danke dass du vor gesagt dass es hat sich gerade meine waffe weggeworfen da schreiheiz man auch praktisch auch vor allem hier nur Füße entgegen wir fliegen hier nur Arschgesicht entgegen na komm her Aki und Lauer wer ist hier der Zombie-Killer? Ich ne! ja, Gehmer Piss dich Arschloch Oh Gott, eine unsichtbarte Schlampe unsichtbarte Schlampe Oh Au Alter, ich sieg dir auch nicht den Bauch auf, ich hau dir nur mit Naxx gegen den Schädel, also beruhig dich Gott, seien ich nicht in so einem Paketwerferty Nein! Oh nein, Hilfe! Oh Gott Ich flieh mich Ah, hör auf damit! 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 Die Kack-Achse in die Hand, ey! Was hab ich für die Waffe aufgehoben? Ich hab doch die Kinder noch Okay, komm her! komm her! komm her! komm her! komm her! komm her! Hallo, steh doch hier! Danke für die Heilung! Danke für die Heilung! Uah! Den Arsch gerettet, Tokay! Oh, Schreihals! Ja, dankeschön! Für dich doch immer! Ey, wie springen die da lang, Alter? Oh Gott! Gesprengt! Gesprengt! Gesprengt jetzt nächste Arschloch! Oder auch nicht! Oh Gott! Wir sind surrounded, ne? Aua! Es sägt mich! Aua! Es sägt mich! Aua! Wer piss dich doch! Ich wollte nicht zwei Pistolen! Kaffee, komm her! Hier! Hier! Oh! Hatter uns! Oh, er hatter uns! Immer noch! Ich brauch unbedingt Heilung hier! Ich glaub mir okay! Ihr traut mich wie ein Arsch, stirbt wie ein Arschloch! Wir haben es fast geschafft, du küsst dich aufs Maul gestoppt! Schon wieder so ein Pisser! Ey, Katzi! Willst du? Woll sterben, danke. Oh Gott, Alter. Okay, du willst einen aufs Maul? Ups. Okay, du willst einen aufs Maul. Boop. Machst du doch eine Schreitante, Alter. Stirb doch, du kleiner Wichser. Komm, stirb, stirb, stirb. Oh Gott. Hörst du, Alter, da kommt eine Schreitante. Und noch eine. Oh, hinter uns, hinter uns. Hab ich doch gesagt, der dort kommt eine Schreitante. Ach, hinter uns auch. Vor uns von mir auch eine. Ja. Bocai, wo bist du? Ich bin wieder am Anfang. Bist du gestorben? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht. Ich dachte, der ist noch bei uns. Wo ist ein Quarksalber, wenn man einen braucht? Ach ja. Achst weg, Duhl weg, Bräunig. Claimor, würde ich mir kaufen. Oh, kaufen. Nee, ich merks, keine. Ich will mir aber erst Katana. Oh, irgendjemand ist auf Englisch gelabert. Opfer. Lerndeutsch. So. Ich hab ein bisschen wehgetan im Holz, aber okay. Der Tocke, doch, so zwei Sekunden. Eine. Oh, nein. Felsbomb. Oh Gott, ich bin schon wieder hier, Alter. Hier bin ich schon mal verreckt. Äh, ich weiß, ich war dabei. Ich bin nämlich auch bereit. Weißt du? Hinter uns. Ich übernehme ihn. Ah, aber nicht den. Aua. Ja, oh, die kommen auf meinen Kopf gesprungen. LOL. Die sind auf mir drauf gespawnt. Hopp da. Ich bin hier weg. Tockei, bleib doch nicht da fehlen. Tockei? Tockei ist tot. Tockei ist tot. ö das gilt für dich auch schon du bist der letzte überlebende wann wird es 127 und 20 oder 6 das war wir haben das stand bei mir heute morgen auf der stelle wenn er nur allein ist gar kein bock auf mich gehabt dass das gesehen wir haben niemand ich weiß ich weiß aber vor mir auch Ups hinter dir war aber näher Arschloch okay das kann jetzt echt nicht gebrochen auch das Maul knapp 20 schon tot das Maul verreckt du hörst ja nicht, der Beute steht dafür rum diese Schweinefrasse da ewig an warum brennt der? weil er es kann diese kleinen Missviecher was wirfst du da immer? die explodieren gar nicht aber halt verzögert alter uncool sau uncool ich gebe den Banjo aus Alter Flammenwerfer auf so ein Springer nur doch weh weh achsthaft egal oh heil dich ich hab grad andere Sorgen ne ich glaub nicht doof ein Heilsdorf nicht dann einfach Munition ah das hat er nicht ganz viele kleiner alter das schlimmste was einem Berserker passieren kann sind diese kleinen Missviecher und dann kommt noch vier Stück auf einmal und solange sie deine Leiche fressen alter guck dir mal das an Gruppenversammlung es waren 100 wieviel? 154 154 du liebst diese Map? ähm nein wie scheiße bisschen eng ne ja und dass sie von oben kommen ist scheiße ich hab mal eine der neuen Maps ich hab Hell White genommen Hell White? ja wollte ich nämlich auch nehmen dann wurde ich jetzt auch für Hell White ich will eine dieser Halloween Map nehmen Elementary School ist das nicht die Schule von Tausbach? das weiß man nicht haha also kurz nur ja ich nehm mir mit 30 FPS auf und mein Spiel läuft mit 300 noch was FPS geil im Ladebildschirm hab ich mit 11 FPS im Ladebildschirm hab ich grad ähm was willst was willst du auch mehr erwarten da passiert ja nischt weißt du boah der Balken bewegt sich ganz wichtig ganz elementar ähm was nehm ich denn? Kommando da warte mal hier ähm fliegeln da abkommando hochleveln sind die Geschlecht so viel ich wüsste zumindest nicht was ein Lack im Lauer erwähnt den Gliefen zu einem auf Reaper. Okay. Ja, komm, ich mach mal Kommando, weil ich's auf Level 0 noch hab. Ey, was muss man machen, um Reaper zu anlocken? Ähm, klick mal auf den... Musik? Such mal in Charaktermenü den Reaper raus. Und dann klickst du da drauf, dann siehst du das. Wo ist denn das Charaktermenü? Beim Perks auswählen, kannst du den Charakter wechseln. Da, Reaper. Achso. Perk wählen. Charakter wechseln. Achso. Ich bin jetzt mit der Seite. Da, was muss man... Oh, ich nehm die englische Guard, alter, der mega geil. Oh, ich liebe England. Cool. Ich bin unlockt, oder? Let's go, Bidget, ich hab dir gesagt, wir schaffen's nicht. Aber nein, nein. Ich glaub, die Sähe... ...Hill Billy Horror Event is chief to unlock Weeper. Bill Billy Horror Event. Also, Hill Billy ist auf jeden Fall eine Map. Ähm, wärst du noch nicht bereit, du bist noch nicht bereit. Warum startet sie die März, ist auch bereit. Sprengmeister muss ich auch eigentlich hochmachen. Jan? Jan? Was geht? Ich glaub, wenn fast alle bereit sind, außer einer, dann startet das erst. Ja, jetzt startet das. Köstlich. 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 Wie du sagst, immer köstlich, Mann. Köstlich. Köstlich. G.B.R. Weiß was Besseres, Mann, als ne. Der große Schick. Okay, was bin ich jetzt? Ich bin Kommando. Oh, cool, Halloween Scheiße mit Achterbahn. Achterbahn! Ich hab, guck mal, Achterbahn! Was ist für dich ne Achterbahn? Das ist ne Liebestunnel. Ja, wenn, wenn... Ja, das ist der Liebestunnel der Sautor. Also, Tokai, geh nie ne Achterbahn, wenn das für dich schon ne Achterbahn ist. Da würd ich schon kotzen, das ist voll heftig. Oh, ja, wer ist hier der Skelett-Kopf? Ach, hört auf mich auf zu schlitzen, ihr Schlitzer. Schlitz, schlitz, schlitz. Maiko ist schon tot. Woll, Guard, hast du dir diese Charakter-Packs auch gekauft? Klar, alles. Ich mein, Dings, Tokai. Nein. Nee, der hat doch die Gold-Edition von mir bekommen. Achso, ja, keine Ahnung, ich hab's ja bei Steam gekauft gehabt damals. Ich bin die coole Guard. Guard. Ja, ja. Ja, cool, lassen wir mal weg und ersetzen das Wort durch ein anderes, ne? Die englische Guard ist... Oh, wir ist doch schlecht gerade. Das ist Sea-Life, man. Sea-Life. Boah, wir ist halt grad schlecht, Alter. Aber ganz ehrlich, das hat mich so krank an... ähm... Left4Dead-Gard. Wieso? Ja, da keine Wahl. Weil du da auch? Ja, stimmt. Ey, ich hänge Leute an der Wand. Aua! Kann man hier runterschießen? Ich sehe totemitsch. Ich sehe Leute, die... Tokai, renn doch nicht so rein da immer. Ich wollt nur... Ich wollt nur so... Hella, hella. Komm her, hier. Der Teufel! Komm her, zurück, zurück. Digga, hier ist der Teufel. Teufel. Welcome to hell. Ja, das ist so ein Land. Ja. Ja. Vier. I will. I will. Spürt in die Angst. Ey, da geht's sogar raus, oder? Resident Evil. Five. Weißt du noch? Ja. Ja. Musik ist aber cool, ja. Bam, 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 bam. Everybody supersonic racin'. Gleich mal die ganze Stimmung ver... Schmeiß einfach mal Geld weg, ey. Ah. Ich hab mir die Beine gebrochen. Jan. Digga, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Digga. Es regnet Geld. Danke. Ey, so viel wollt ich dir gar nicht geben. Aber okay. Könnt ich dir noch den Rest geben, hier. Es regnet Geld. Du kriegst... Nein, gar nicht. Das ist geil, ey. Penner, ey. Oh, was ist denn die... Ich hab kein Geld. Ich probier hier mal Waffen aus. Ich würde natürlich immer deine Klasse im Sprechenden nehmen. Bzw. weil du kannst auch mit der Klasse eine andere Waffe nehmen. Ich hab jetzt so Nippel sowas hier. Wo bist du? Ich hab nur Nippel. Warte mal. Ach, die ist neu. Ich weiß jetzt nicht für welche Klasse das ist. Oh, Gott. Es sah lustig aus, wie sie euch da auf den Kopf rumjumpen. Hier. Oh, yeah. Find ich in Katana, Alter. Nee, gleich wahr. Mensch, ich hab doch voll rum. Alter, die wollte ich ab, ich hab keine Waffe. Ich hab frag nach der Waffe. Nein, das war auch zu spät. Here we comes, here comes the Kugel. Here comes... Nee, wie war das nochmal? Here comes Speed Racer oder so. Ja. Ah, ich hab eins von dieser Errungenschaftsdinger da. Ja, ich hab schon zwei oder drei Halloween, aber ich weiß nicht, wann man den Gwimmi überbekommt. Also ich weiß nicht, bei welchen. Ich glaub, man muss diese Errungenschaften hier unten standen freischalten. Ja, aber doch nicht alle. Aber ich weiß nicht... Ja, die vier, die da standen. Ey, ich glaub, einer ist nämlich für Suicide gedacht. Lauf, lauf! Ich glaub, einer von den vieren. Ja, ich weiß nicht, was man da machen muss. Kannst du mir gleich sagen. Slow, 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 slow. Genau, du musst für die Errungenschaften rumvögeln. Rumvögeln? Ja, rumvögeln, dann Drogen einnehmen und dann noch Rockenbodenmusik hören. So, das ist Blackjack und Nut. Ja, ha, ha, ha. da verpisst euch doch ihr hobbylosen Schweine Tokai komm zu mir nicht dass du hier abkratzt wo bist du? oh Gott ich hab keine Money mehr oh Gott komm zu mir man ja ich kann nicht so schnell laufen NEIN diese Schweine Tokai was killed again again and again in der letzten Folge bei The Walking Dead Tokai wurde getötet die Welt war bestürzt oh nein er ist tot siehst du da mit Leuchttaketen oder was? mit Feuerschissen ja ah man weh Frau oh Prozent mit Klausel 50 Uhr war es weil ich glaube ich bin du dann bist du witzig Prozent das passiert so einfach geht das da ich sie voller der Bastel bis zum Freizeit so wie er da warst wir haben einen Eifer vor Ort mit der Schotter die Eier doch gar das so dass die mieter weit entfernt ich muss erst mal um drei Ecken laufen bis ich da zum Händler kommt voll nicht nervig und so das ist dieser beschissene Händler das ist für Feuer halt diese Waffe für Feuer? werf die Waffe mal wieder zurück warum? wenn sie für Feuer ist? ne kann ich das gleich automatisch auflevern kauf dir doch ne Waffe man! ich brauch keine ja deswegen stirbst du die ganze Zeit ich brauch keine ich sterbe sowieso ständig so ist mein Perk jetzt eigentlich schon Level Up? ich glaube schon ne ich hab keine ähm gar nicht mal warum nicht? ach ich muss Dolkers töten oh Gott! oh die da schatz wie Weihnachtsgänze die Erschwücher ey gut das geht bitches! oh Gott Mike Mike wurde hier getultert wieder 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 GRANADE einfach durchlaufen hä ach du kleines Hund die kleine Hund die kleine Kind der alter ah mein Gott